Wenn ich immer auf so Studentenpartys war, hab ich mir gedacht, okay, ich muss mir irgendwas einfallen lassen, dass die mich nicht vollschwassen können, aber fragen können. Und dann kam, ja, ja, und dann kam ich an, und was studierst du? Und ich so, Archäologie. Ernsthaft? Und Geologie. Ernsthaft? Und dann waren die nur so, okay, ich mach ein BBL. Immer, immer, wenn ich so auf so Partys war, so Studenten, und was studierst du? Hab ich immer so Geld rausgeholt, ich studier die Straße, ey. Hey, du bist da leben, bist du einfach. Du musst Geld machen, oder? Ohne Moos ist nix los. Wenn du kein Geld hast, bleibst du auf der Strecke liegen. So, ich hab kein, ich wollte auch mal studieren, irgendwann war das mal irgendwo in meinem Kopf, aber ich dachte, da ist so ein langer Weg. So ein langer Weg, ohne Geld, so hab ich mir gedacht, ey, geht nicht. Ich leb jetzt so, ich will jetzt Geld, ich muss jetzt leben, ich muss jetzt dafür arbeiten, ich muss jetzt dafür was tun, damit ich das Leben habe, was ich haben will. Und was hast du gemacht? Ja, ist egal. Aber, ey, hat funktioniert, ey. Ich feier dich so hart, du hast überhaupt keine Ahnung, wie ich das überhaupt, wie ich das einfach noch packen und küssen, Alter, was so geil bist du. Ernsthaft? Ich feier ihn einfach nur dann. Ich konnte mir das aufkaufen, aber ich wollte, egal, ey, ich war da. Ich war da. Hey, war schon geil, Alter. Vom Tellerwäscher zum Millionär, ne? Ja, okay, wir tragen. Ja, wie? Ja, aber ist so, ich würde mir keine Zähne für 10.000 Euro kaufen. Hä? 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 Hä?